Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Was sich zuletzt ein bisschen angedeutet hat, ist nun offiziell Simon Terodde. Wird Schalke im Sommer verlassen? Das haben Verein und Spieler am heutigen Mittwochmorgen beide zusammen bekannt gegeben. Ich selber bin gerade unterwegs, deswegen auch vielleicht nicht die beste Tonqualität, aber auch für mich war diese Nachricht dann doch schon relativ überraschend, denn einer unserer Aufstiegshelden plus ein Rekordhalter wird am Saisonende Tschüss sagen. So hatte Schalke formuliert, Simon Terodde wird den S04 nach dieser Spielzeit verlassen, denn in einem persönlichen und von großem Vertrauen geprägten Gespräch zwischen Peter Knebel und eben unserem Stürmer hat Terodde selber seine Entscheidung am gestrigen Dienstag mitgeteilt. Gemeinsamer Wunsch von Verein und Spieler ist es, durch die frühzeitige Kommunikation den Fokus nur noch voll und ganz auf den so wichtigen Kampf um den Klassenherrl zu richten. Und ich finde auch das drückt wieder mal aus, was Simon Terodde für ein Mega-Mensch und natürlich auch dann Mannschaftssportler ist. In den vergangenen Wochen wurde medial sehr viel über meine Zukunft spekuliert. Das ist ein Thema, das weder der Verein noch ich in diesen so richtungsweisenden Wochen benötigt. Daher möchte ich jetzt schon klären, dass meine Zeit im Sommer auf Schalke definitiv enden wird. Meine Zeit hier war wahnsinnig emotional, geprägt von unheimlich vielen intensiven Momenten, die mir für immer in Erinnerung bleiben werden. Jetzt möchte ich mit meinem Teamkollegen mein letztes Kapitel auf Schalke schreiben und mich letztlich mit dem geglückten Klassenerhalt verabschieden. Und auch Peter Knebel hat sich nochmal ausführlich über Simon Terodde geäußert. Jeder weiß um meine besondere Beziehung zu Simon Terodde. Er hat 2021 in einer ganz schwierigen Situation sein Bekenntnis zu Schalke 04 und der muss so einen Wiederaufstieg gegeben, als auch kaum jemand daran geglaubt hat. Um dann nur gut ein Jahr später als Rekordtorschütze der 2. Bundesliga die Rückkehr in die Bundesliga zu feiern und Teil der langen Vereinsgeschichte des FC Schalke 04 zu werden. Dass der Vizekapitän nur noch proaktiv auf unseren Verein zugegangen ist, beeindruckt Knebel. Er hat einmal mehr bewiesen, was für ein beeindruckender Sportler und Mensch er ist. Diesen Schritt jetzt zu gehen, um die letzten Wochen der Saison befreit und absolut fokussiert zu bestreiten, das machen sicher nicht viele. Simon ist sehr wichtig für unsere Mannschaft und ich bin mir sicher, dass er alles reinwerfen wird, um sich als Bundesligist von Schalke 04 zu verabschieden. Und damit werden wir natürlich auch einen Spielertypen verlieren, der die letzten anderthalb bis zwei Jahre schon sehr auch uns Fans sicherlich geprägt hat. Wir alle werden sicherlich nicht vergessen, was Simon Terodde in Liga 2 geleistet hat. Ich sage nur 30 Tore in 30 Spielen und es wird niemand, glaube ich, vergessen, was er wirklich für eine Qualität in unseren Strafraum endlich mal wieder reingebracht hat. Klar, es war von Anfang an klar, dass es in der Bundesliga deutlich schwieriger wird. Wir haben es jetzt auch am Ende wieder gesehen und auch erst recht unter Thomas Reis. Aufgrund der taktischen Herangehensweise, ihr kennt alle die ganze Geschichte, war es für Terodde nicht mehr so wirklich einfach. Er selber hat ja auch schon immer gesagt, er könnte sich vorstellen, lange auf Schalke zu bleiben. Er will aber eben auch noch lange auf einem hohen Niveau spielen. Und dann macht es natürlich auch schon durchaus Sinn, jetzt selber diese Entscheidung zu verkünden. Und das finde ich auch vollkommen legitim. Es ist schade, so einen Spieler zu verlieren, weil auch ich immer noch der Meinung bin, er hat Qualitäten für die Bundesliga, wenn ihn einfach anders einsetzt. Aber so ist das jetzt sicherlich auch eine Entscheidung, die man voll und ganz verstehen kann und wodurch man auch jetzt wirklich sagen kann, voller Fokus auf den Klassenerhalt und am Ende mit Simon Terodde eben auch diesen extrem zu feiern. Ich interessiere mich jetzt auf jeden Fall sehr für eure Meinung. Die könnt ihr mal sehr, sehr gerne zu Simon Teroddes Entscheidung in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao! Und Glück auf an alle Schalker!